Sternzeit 31574,01 Logbuchpräsident der VNE Jean-Marie Morin Eine Präsidentschaft beginnen, während der eigene Staat eine militärische Auseinandersetzung durchläuft, ist keine beneidenswerte Aufgabe. Immerhin wurde ein vorläufiger Frieden mit dem Haus X und der Free Jaffa Nation geschlossen. Doch zu was für einem Preis. Dieser Frieden hat nicht nur die VNE eine Menge gekostet, auch die Föderation wurde enorm geschwächt. Ich glaube nicht, dass dieser Frieden lange andauern wird. Aber ich rede schon von Frieden. Der Krieg mit dem Ghastswarm ist immer noch in vollen Zügen und eine große Streitmacht der VNE ist auf dem Weg, einen hoffentlich letzten Schlag auszuführen. Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stellaris. Ja Leute, in der letzten Folge hat das Commonwealth of Man im Namen der Föderation einen Frieden mit dem Haus X abgeschlossen. Oder geschlossen. Und der Preis, den die Föderation zahlen musste für diese Aggression ist wirklich immens. Das Haus X, die VNE, also wir, das Commonwealth of Man, wir drei mussten wirklich eine Menge Territorien abgeben. Und ja, das hat uns natürlich enorm geschwächt. Wahnsinn. Schon allein, dass wir direkt hier so erdnah, ähm, ja, drei Systeme verloren haben, ist wirklich echt unschön. Aber okay, wir müssen jetzt damit leben. Ähm, wir haben diesen Frieden tatsächlich akzeptiert, weil die Bedingungen einfach zu krass waren. Die Föderation ist immer tiefer in unsere Systeme vorgedrungen und wir hätten sie nicht aufhalten können. Ich muss sagen, ich habe damit gerechnet, dass einige Systeme in die Hand des, äh, oder in die Hände des Feier der Feinde fallen. Denn, dass das eine solche Anzahl ist, damit hätte ich allerdings nicht gerechnet. Dass die Systeme, dass das so viele sind, die wir verlieren, das ist schon, ja, beeindruckend auf eine sehr negative Art und Weise. Okay, Leute, wir machen weiter. Wir haben eine Flotte auf dem Weg, ähm, in Richtung Gasswarm. Die befindet sich momentan bei Solda, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, und unsere Transportflotte ist schon bei Krimdor. Da müssen wir aufpassen, dass die jetzt nicht, äh, zu schnell dort ist. Wisst ihr was? Wir schicken die erstmal nur ins Schorak-System. Ähm, sollen sie erstmal nur da bleiben. Okay, dann gehen wir nochmal in unsere Kolonien. Wir haben Gott sei Dank ja keine Kolonie verloren, nur einzelne Systeme. Äh, was schon schlimm genug ist durch die Ressourcen, die wir dann einbüßen. Aber, das ist immer noch besser, als, äh, ja, als ganze Kolonien zu verlieren. Okay, gut, schauen wir uns mal Advertir Prime an. Hier haben wir einen arbeitslosen Pop, der, ah, dem können wir auch momentan keine Arbeit zusprechen. Ich würde die Wirtschaftszonen ausbauen. Aber, ja, das ist, es bringt uns nicht weiter. Schon allein, weil der Ausbau, ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken. Handelswert und Dienstleistungen, ja. Unterhalt, zwei Energiecredits. Moment mal, hatte ich, oder habe ich mich da verguckt? Ich hatte jetzt gerade irgendwie im Kopf, dass die Wirtschaftszonen auch, ähm, auch exotische Gase brauchen. Aber irgendwie ist dem jetzt doch nicht so. Na, dann können wir das ja ohne Probleme ausbauen. Das kostet Unterhalt zwei Energiecredits. Ansonsten war es das. Okay. Aber Handelswert ist insofern gut, als, dass wir dadurch mehr Energiecredits bekommen. Dienstleistungen haben wir hier nicht unbedingt nötig. Aber der Planet wächst ja auch noch die Kolonie. Ja, wir machen das, Leute. So. Okay. Gut, dann gehen wir mal nach Sirius Prime. Hier haben wir übrigens noch einige, ähm, Spezialprojekte. Weltraumtrümmer. Wie lange bleiben die noch vor Ort? 830 Tage, 811, 802 Tage. Also was, dann schicken wir mal ein Forschungsschiff dorthin. Äh, die... USS... ...Nobel. Die braucht dann natürlich noch einen Forscher. Wir haben sogar einen frei. Jägor Kutow. So. Und dann Spezialprojekte untersuchen. Okay. Gut. Äh, ansonsten Sirius. Was hatten wir jetzt hier noch? Wir können hier... Ja, die Verwaltungsbüros können wir definitiv nicht ausbauen. Weil die brauchen die seltenen Kristalle. Da haben wir ja auch einen Fehl. Äh. Minus 6 haben wir da momentan. Wir können... ...auch hier die Wirtschaftszonen ausbauen. Wir haben aber noch einen verfügbaren Arbeitsplatz. Der nächste Pop wartet noch. Also braucht noch ein bisschen, meine ich. Eventuell... Eventuell... Boah, guck mal, wie die... Alter, Schwede. Wir haben 546 Garnisonen. Hier auf dem Planeten. Wahnsinn. Siki Roka hat da richtig... ...Truppen ausgehoben. Wahnsinn, das fällt mir jetzt erst auf. Ja, ich meine, macht ja auch Sinn. Sirius Prime war sehr bedroht. Und hat da auch schon eine... ...Bombardierung hinter sich. Okay. Na gut, vielleicht kommt das jetzt auch... ...durch die Militärakademie, ne? Das kann natürlich sein. Okay. Gut. Wie dem auch sei. Wir werden hier auch die Wirtschaftszonen mal ausbauen. Die Credits, die können wir echt gebrauchen. Dann das Vorschusschiff haben wir losgeschickt. Und dann würde ich mir hier nochmal unsere Verteidigung angucken. Wir bauen hier definitiv erstmal zwei Verteidigungsplattformen. Und ja, mehr können wir uns momentan nicht leisten. Legierung ist momentan nicht so unser... ...unser großes Plus. Auf Adlaba müssen wir das aber auch definitiv machen. Zumindest erstmal eine in Auftrag geben. Weil das hier ist auch schon enorm geschwächt. Dann schauen wir mal. Wir können hier auch noch mehr machen. Ich glaube... ...wir bauen hier mal... ...Schutzbatterie, Rakete... ...Batterie haben wir schon eine. Ich glaube, wir brauchen hier nochmal einen Hangar. Der kostet ja nicht so viel. Und damit haben wir alles verbraucht. Okay. Gehen wir nach Chodria. Wohnungen und Dienstleistungen sind erstmal vorhanden. Wir haben hier tatsächlich einen Arbeitslosen. Ja, bauen wir hier unser Industrie-Restrikt. Um mehr Legierungen und Konsumgüter zu produzieren. Das ist gut. Okay. Dann gehen wir weiter nach Süd hier. Ja, hier müssen wir auch neue Jobs schaffen. Ist alles plus minus null hier. Können wir da noch eine zweite Gasraffinerie bauen? Könnten wir. Aber ich glaube... ...es wäre wichtiger, jetzt erstmal seltene Kristalle noch zu produzieren, oder? Da haben wir auch schon eine synthetische Anlage. Können wir da auch eine zweite von bauen? Ja, können wir. Produktionen sind drei. Ja. Machen wir. Okay. Gut. Damit haben wir erstmal alles abgebacken. Nein, stimmt gar nicht. Die Erde fehlt ja natürlich noch. Aber hier sind wir auch plus minus null. Hier können wir aber auch nochmal die Wirtschaftszonen ausbauen. Und schaut mal, die hier, die brauchen jetzt auf einmal seltene Kristalle. Moment. War das jetzt bei dem anderen auch so? Der hier braucht das auch. Moment. Aber wir haben doch jetzt hier auf Sirius... ...die auch einen Auftrag geben, oder? Die brauchen das nicht. Doch. Die brauchen es auch. Einen seltenen Kristall. Okay. Dadurch, dass wir hier noch einen freien Job haben, lassen wir das dann auch erstmal. Wir müssen erstmal unsere Kristallproduktion wieder hochpushen. Und auf Advertier haben wir das doch auch in Auftrag gegeben, ne? Ja. Aber hier müssen wir es machen. Das nehmen wir jetzt mal in Kauf. Weil hier schon ein arbeitsloser Pop ist. Okay. Gut. Und nochmal fix auf Alpha Centauri gucken. Äh. Hier könnten wir... Ja. Das braucht Gase. Die haben wir momentan auch nicht übrig. Aber hier haben wir auch noch drei freie Jobs. Hier eilt das nicht. Okay. Gut. Das haben wir. Dann wurden wir vom Gaszwarm beleidigt. Okay. Ja. Sollen sie machen. Und schauen wir nochmal kurz in die Forschung. Ja. Schlachtschiff haben wir ja noch begonnen in der letzten Folge. 68 Monate dauert das. Dann haben wir hier... Befehlslimit Flotte wird noch verbessert. In sieben Monaten ist das fertig. Und dann die Forschungsgeschwindigkeit wird in 31 Monaten verbessert. Okay. Gut. Dann machen wir erstmal weiter. Und ich möchte jetzt mal wieder seit längerer Zeit mal wieder in den Kontaktebildschirm gucken. Und mal schauen. Ob wir nicht irgendwie die Beziehungen zu der Flijaffa Nation verbessern können. Aber die sind wirklich... Meine Güte. Das einzig Positive an denen ist, dass es Naturschützer sind. Kriegerkultur, angesehener Admiratität, fanatisch, militärisch und xenophob. Alter Schwede. Das ist eine Diktatur, wie sie nicht besser in dem Bilderbuch dargestellt werden könnte. Das ist ja krass. Ja, Leute. Eigentlich brauchen wir mehr... Mehr Unterstützung. Schauen wir mal nach so einem verheerenden Krieg. Könnte man da zum Beispiel die Gnolem jetzt einladen? Würden das alle annehmen? Akzeptanz. Selbst jetzt stimmen die Gua'uld und die Kiss Convert of Man noch mit Nein. Ich hasse es nicht. Wir brauchen so dringend mehr Verbündete. Mehr Teilnehmer in der Föderation. Mehr Mitglieder in der Föderation, meine ich. Und selbst jetzt stimmen die noch mit Nein. Das... Leute, das ist wirklich ein sehr leidliches Thema. Ein leidiges Thema, meine ich. So, wie sieht's? Ena, die wollen ja mit den Cindy nichts zu tun haben. Ja, das spiegelt das hier auch wieder. Moment, aber wenn die Cindy nicht mit in der Föderation wären... ...wäre die Akzeptanz nicht bei 1082, sondern sofort bei minus 82. Also nicht mehr bei minus 1082, sondern sofort bei minus 82. Tausend Punkte. Oh Mann. Oh Mann. Ja, Leute. So wie die Cindy uns in dem letzten Krieg nicht unterstützt haben. Ah, okay. Na gut. Machen wir mal weiter und schauen mal, dass unsere Flotten hier... ...jetzt dann beim Gaszwarm eintreffen. Die haben ja nochmal einiges auffahren können. Schau euch das mal an. Die haben hier nochmal einige Flotten, die... ...gar nicht mal so schwach sind. Die Ena und die Voth sind jetzt Rivalen, alles klar. Meine Hoffnung ist ja... Oh, hier findet... ...ne Schlacht statt. Und einer unserer Wissenschaftler hat eine Eigenschaft erhalten. Birgit Kreuz ist jetzt einfallsreich. Forschungsgeschwindigkeit plus 10%. Ja, das ist ja fantastisch, Leute. Das freut mich. So, schaffen die es, die in einen Kampf zu verwickeln? Jetzt bleiben die da stehen. Ich fasse es nicht. Ne, doch nicht. Sie fliegen weiter. Aber die hier... Ja, die haben sich jetzt verdünnisiert. Sind jetzt zurück nach... ...Azrof, glaube ich. Jetzt haben wir hier... ...ein Forschungsabkommen zwischen den Goold und den Bolian. Okay. Ich schaue mal nochmal kurz... Wie sieht es denn mit unseren ganzen Verbindungen aus? Wir haben ein Forschungsabkommen mit den Ena, Gnolem, Bolian, Jesina. Wisst ihr was? Ich weiß gar nicht, warum wir das noch nicht haben. Wir werden jetzt erstmal... ...die Grenzen schließen hier. Ja, können wir das gar nicht. Warum können wir jetzt hier nicht die... ...die Grenzen schließen? Wir können den Zugang zu Fijafa Nation nicht kontrollieren. Hm. Okay. Und während eines Waffenstillstands kann man die Grenzen sowieso nicht schließen. Ah, alles klar. Okay. Na gut. Sonst hätte ich das nämlich jetzt gemacht. Schade. Interstellar-Debris analysiert. Achso, die Trümmer analysiert. Sehr schön. Einige Punkte erhalten. Äh... Machen wir mal direkt mal weiter. Sirius und... Ah, der macht sofort alles automatisch. Das ist fantastisch. Okay. Brauchen wir uns dafür nicht kümmern. Und wir haben auch gleich noch eine neue Forschung erhalten. Das Befehlslimit wurde erhöht. Plus 20. Fantastisch. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas anderes Schönes bekommen. Äh... Erhalt Kriegsmöglichkeit minus 10. Das könnte wichtig sein. Bewohnbarkeit plus 5%. Auch gut. Die Frage ist... Wir haben ja, was die Bewohnbarkeit angeht, zum Beispiel auf Alpha Centauri... Das Problem, dass die Ener, die hier arbeiten als Wissenschaftler, dass die nur eine Bewohnbarkeit von 20% haben. Wenn wir diese Bewohnbarkeit für uns jetzt plus 5% holen, wird die auch für die 5% schlechter? Oder wird die möglicherweise für die auch 5% besser? Das ist eine Info, die könnte ich jetzt gerne gebrauchen. Na, wir probieren es einfach mal, würde ich sagen. Oder Sternbasenkapazität plus 2. Das ist auch sehr, sehr gut. Aber ist halt extrem teuer, ne? Ressortwelt ausrufen. Was macht man da? Der Modifikator Ressortwelt mit den folgenden Effekten wird hinzugefügt. Andere Kolonien des Reiches, Dienstleistungen plus 15%. Also kriegen alle Kolonien bis auf die Ressortwelt plus 15% Dienstleistungen. Verstehe ich das richtig? Ich hoffe. Anziehung von Migration plus 15%. Das wird für die Koloniewelt sein. Also für die Ressortwelt. Bewohnbarkeit plus 100%. Wahnsinn. Und plus ein Büroangestellter pro 2 Einwohner. Das heißt, wenn wir 40 Pops hätten, hätten wir 20 Büroangestelltenjobs. Verstehe ich das richtig? Das ist ja Wahnsinn. Haben wir denn eine Welt, die sich als Ressortwelt qualifizieren würde? Ich würde jetzt als allererstes mal auf Advertir gucken, weil wir hier sowieso so ein Problem haben mit der Arbeitslosigkeit. Und es ist eine Gaia-Welt. Das bedeutet, eine ideale gemäßigte Welt mit einer Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre. Optimale Bedingung für die meisten Lebensformen. Viele Lebenszeichen auf allen großen Landflächen. Und hier gibt es gefilterte atmosphärische Halluzinationen. Das hört sich nach Spaß an. Zumindest für den einen oder anderen. Ein üppiges Paradies. Ja, Leute, das hört sich doch fantastisch an. Dann machen wir das doch mal. Das wird auch unseren... Das passt irgendwie gerade. Das machen wir mal. 35 Monate. Staatskunst. Da ist der Abdullah auch schon ein Experte drin. Ja, okay. Alles klar. Ich meine, es gibt natürlich deutlich wichtigere Sachen in so einer Situation, wie wir sie hier gerade haben. Aber... Aber... Das bringt uns auch so viele Vorteile. Und, Leute, hier ist die dritte Raumflotte wieder gekehrt. Die wird sich jetzt erstmal reparieren. Dann... Uhuhu. Die Brehen und die Future-Up-Vanation haben jetzt ein Forschungsabkommen geschlossen. Das ist nicht gut, Leute. Zumindest nicht für uns. Okay. Hier ist gleich das nächste fertig. Ich will nur kurz warten, was das für uns bringt. Ingenieursforschung plus 60 Punkte. Physikforschung plus 160 Punkte. Fantastisch. Okay. Gut. Wie sieht's hier aus? Unsere Flotten sind gleich vor Ort. Sehr schön. Und jetzt müssen wir da gleich mal gucken. Construction completed. Ah, Adlaba ist ausgebaut worden. Sehr schön. Dann bauen wir hier gleich auch noch eine weitere Plattform. Und ein Anführer ist verstorben. Lukas von Bojen. Oha. Okay. Unerwartet im Alter von 103 Jahren. Naja. Unerwartet würde ich bei so einem Alter jetzt auch nicht mehr unbedingt sagen. Aber okay. Okay. Brauchen wir einen neuen Gouverneur für den Erdensektor. Schauen wir mal, wen haben wir denn hier? Heinrich Richter. Ein Intellektueller. Der die Forschung verbessert. Würde für Alpha Centauri schon deutlich was rausreißen. Dann haben wir noch Shyam Swarmy. Er ist auch ein Intellektueller. Oh Gott. Nur Intellektuelle jetzt zur Auswahl. Was haben wir denn, wenn wir noch was rekrutieren würden? Einen gerechten Mann, der die Kriminalität verbessert oder verringert. Einen Flottenoffizier außer Dienst. Baugeschwindigkeitsschiffe und Baukostenschiffe. Minus 10. Wobei die Baugeschwindigkeit sogar plus 20 ist. Leute, das ist natürlich fantastisch. Besonders da werden die meisten Schiffe ja auch im Erdensektor bauen. Wir rekrutieren sie mal. Sie ist 30. Die beiden, die sind auch schon relativ alt. Ja, wir nehmen mal sie. Das gefällt mir super. Denn wir werden mit Sicherheit bald wieder anfangen müssen, Schiffe zu bauen. Besonders wenn die Schlachtschiffe kommen. Was noch 53 Monate dauert. So, Leute. Unsere Flotten sind gleich in Position. Interstellar Debris analysiert. Und da haben wir die nächsten Trümmer erforscht. Fortschrittliche Railguns plus 10%. Null Punkt Energie plus 20% erforscht. Ansonsten 220 Physikforschungspunkte und 80 Ingenieurspunkte. Sehr gut. Gibt es hier sonst noch irgendwelche Trümmer irgendwo, die wir uns noch holen können? Ne, der Rest ist schon leider weg. Na gut. So, hier haben wir jetzt eine Flotte vom Gasswarm. Wie lange brauchen unsere Schiffe noch? Nicht mehr lange. Da kommen sie schon. Na. Fünfte Raumflotte braucht noch etwas. Jetzt ist sie auch da. Und, uh, hier wird es gleich ein Gefecht geben. Die Geholt kommen in eine fast 7000 Punkte starke Flotte hier an. Und ja, diesmal, jetzt fangen sie an zu kämpfen. Okay. Und sie haben auch einige Schiffe zerstört. Wunderbar. Dann haben wir hier noch, uh, 5700 Punkte Gasswarmflotte. Ähm. Die sind noch nicht im Gefecht. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier unterstützen. Dann haben wir aber die stärkste Flotte hier aus dem Spiel genommen, ne? Ja, Leute, das, äh, wir müssen da hin. Bringt nix. Und ihr fliegt schon mal weiter nach Mosthaven. Wir nehmen noch eine andere Flotte mit hier von dem Ghast, äh, von den, ähm, ja, von den Gua-Ult. Aber die verziehen sich hier gerade auch schon wieder. Okay. Dann würde ich sagen. Ja, Leute, alles oder nichts, ne? Dann fliegen wir direkt mal hinterher ins Goll-System. Wir haben jetzt hier gerade noch eine Gua-Ult-Flotte, die uns folgt. Die soll noch weiter mitkommen. Und, was haben wir hier? Werner von Wrangel ist ein Level aufgestiegen. Sehr schön. Und ein Gesandter ist verstorben. Renalwe Okonjo. Okay. Holen wir das Goll-System wieder, Leute. Oh, und die Jaffa-Nation haben den Ena den Krieg geklärt. Mein Gott, sind das echt... Ah, ein paar Kriegstreiber. Das ist ja Wahnsinn. Und diesmal können wir den Ena aber wirklich nicht zu Hilfe kommen. Engage in Hostile Station. So, das ging schnell. Dann. Ja, Leute, jetzt ist es schon soweit. Sollen wir... Ah, guck mal. Wir könnten hier nach Asro fliegen. Oder kommen sie jetzt nach Goll? Nein, kommen sie nicht. Die kommen nicht nach Goll. Ich würde wirklich gerne diese Flotte hier schlagen. Wir fliegen mal noch einmal hinterher. Vielleicht kriegen wir sie ja. Was haben wir hier? Flüchtlinge. Der Goa Uhlt. Auf Südier. Zwei Flüchtlinge sind auf Südier angekommen. Die vor dem Gastswarm fliehen. Okay. Kann man ihn nicht übel nehmen, glaube ich. Das sind auch ein paar Experten. Anstatt hier zu kämpfen... Engage in Hostile Forces. Verschwinden die lieber immer weiter. Na gut. Dann stellen wir hier eine kleine Flotte des Gastswarms. Schauen wir mal. Wir haben... Zwei Transportschiffe. Zerstört. Okay. Na, immerhin. Und hier hätten wir den ersten Planeten des Gastswarms, den sie erobert haben. Dann fliegen wir jetzt... Oha. Jetzt müssen wir mal aufpassen hier. Ah, Moment. 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 Jetzt müssen wir mal kurz hier warten. Wenn sie jetzt nach Difter fliegen... ...und das tun sie... ...fliegen wir da auch hin. Und dann sollten wir sie jetzt aber kriegen. Ja, und da sind sie. Sehr schön, Leute. Das war aber ein extrem schneller Kampf. Wir haben eine Korvette verloren. Sie haben eine Korvette verloren. Aber leider konnten wir kein Schlachtschiff von ihnen zerstören. Na ja. Okay. Immerhin. Kleinfieh macht auch Mist, bekanntlich. Dann... ...fliegen wir jetzt... Oh Gott. Hier wird gerade gesäubert, Leute. Wir müssen diese Säuberung aufhalten. Das ist ja schrecklich. Soll ich das machen? Hier auf diesem Planeten leben... ...17 Gua-Ult-Pops, 3 Gnolem-Pops und 4 Gastswarm-Pops. Und hier gelten 20 Pops als unerwünscht, die momentan... ...ja. Die jetzt gerade gesäubert werden. Das ist ja abartig. Leute, da müssen wir ja was machen. Okay, wisst du was? Wir fliegen nach Kamp. Befreien dieses System. Und dann schicken wir unsere Invasionsflotte hier hin. Oh Mann, das ist ja... ...wahnsinn. Da fehlen einem ja die Worte. So, das dürfte relativ fix freigekämpft sein hier. Ja, da haben wir es schon. Research concluded. Und dann fliegen wir zurück nach Asrof. Und hier kommt mit. Was haben wir hier? Forschungsgeschwindigkeit verbessert. Sehr schön. Dann... Dann... Forschungsinstitut. Kostet exotische Gase. Unterhalt. Aber auch nur ein. Ein exotisches Gas. Ähm... Hyper-Schilde. 0,6 Gase kosten die als Unterhalt. Hyperantrieb. Stufe 3. Ja, ich glaube, Hyperantrieb. Das wird langsam mal... Drastisch erhöhte Antriebsleistung. Ja, ich glaube, das wird mal Zeit, dass wir das langsam machen. Man kann ja immer von den Punkten her, die diese Forschung kostet, ungefähr ableiten. Wie weit man da hinterher hinkt. Und ja, wenn das hier nur 10.000 kostet... Ah, dann glaube ich, hinken wir da schon deutlich hinterher. Oh, wir haben eine Korvette verloren. Bei einem Kampf um diese Station. Das ist natürlich doof. So, wie sieht es mit unserer Stärke aus? Wir sind noch bei 10. 11. 11,2. Und hier kommt die nächste Flotte, die Diff da angreift. Notfallmaßnahmen des galaktischen Ratsveto einführen. Ja, das finde ich in Ordnung. Das machen wir. Okay. So, und jetzt... Fliegen wir über Diff da. Unsere Invasionsflotte, die wird wohl selber zurechtkommen. Beziehungsweise, wir sollten vielleicht... Die kleinste Flotte, die sollte vielleicht hierbleiben. Und eine Bombardierung starten. Um der Invasionsflotte so ein bisschen den Weg zu bereiten. Da geht es schon los. Ich hoffe, die treffen da nicht die Falschen. So, hier ist wieder jemand... Ne, Flüchtlinge kommen an. Und zwar auf Sudier Prime. Da müssen wir gleich mal gucken. Und Admiral Saburo Watanabe ist verstorben. War der Führer der zweiten Sicherheitsstaffel. Ist momentan sowieso nicht im Einsatz. Aber dennoch brauchen die befehlshabenden Offizier. Ausweichen. Und Unterlichtgeschwindigkeit plus 20. Mercedes de la Guardia. Die ist super. Die nehmen wir. So. Und ja, es wird Zeit, dass auch hier die zweite Sicherheitsstaffel ihren Auftrag wieder aufnimmt. Und zwar bei Solda beginnend. Genau. Sollen sie erstmal da hinfliegen. So, die erste Sicherheitsstaffel ist übrigens jetzt auch hier angekommen. Jetzt wollen wir mal gucken. Piraterie hier ist quasi gleich null. Aber wir werden... Boah, das ist wegen dieser langen Strecke so unangenehm, wie viel Piraterie hier herrscht. Weißt du was? Dann starten wir die Patrouille hier. Bei Thysdra im Gould-System. Und werden von dort aus die Patrouillenroute mal abstecken. Okay. Die Invasionsflotte ist da. Dann schicken wir die schon mal hier hin. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert hier. Okay. Our forces are making planetfall. War report. Enemy planet secured. Okay, S-Wrack wurde befreit. Das ist wunderbar. Aber... Der ist jetzt in unserer Hand. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte das den Gould ja eigentlich wiedergeben. Invasion ist vorbei. Ja, okay. Bewohnerzuwachs rückläufig. Ja, ist bei den Planeten auch kein Wunder. Und sie ist schon Stufe 2 aufgestiegen. Das ist auch schön. Also die Erdverwalterin. Okay. Gut, Leute. Mein Gott. Hier passiert ja momentan richtig viel. Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. Schon wieder total die Folge überzogen. Aber okay. Wir haben erste Erfolge hier gegen den Gastswarm erzielt. Wir haben verschiedenste Systeme wieder zurückerobert. Und eine ganze Welt befreit. Eine Kolonie befreit. Die momentan jetzt unter unserer Herrschaft steht hier. Ja, müssen wir irgendwie ändern. Ich weiß nur noch nicht wie. Und die andere Frage, die ich mir stelle, ist... Nein. Wir haben hier die Transportflotte quasi vollzählig. Wir haben ein Schiff jetzt dafür verbraucht. Okay. Alles klar, Leute. Gut. Dann würde ich sagen, ähm... Ja. Lasst mir gerne ein Like da, falls euch das Let's Play gefällt. Am besten Fall ein Abo. Und ich sage, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Euer Sammy. Ciao. Ciao. Ciao.